Hallo Leute, hier ist euer PlayEpic. Was kommt dabei raus, wenn wir Foundation Banished Material 2 Total War miteinander vermischen? Manor Lords. Ich verfolge schon sehr lange die Entwicklung des Spiels und nun dürfen wir für eine Woche im Rahmen einer Steam-Aktion Manor Lords testen. Das Game wird von nur einer einzigen Person entwickelt und viele werden sich dabei denken, nope, das kann nichts werden. Ich habe für euch und für mich Manor Lords getestet. Vorweg, ich bin begeistert. Im Rahmen der Demo können wir den wirtschaftlichen Teil antesten und eine Siedlung aus dem Nichts aufbauen. Bevor wir das Spiel starten, müssen wir uns einen Charakter aussuchen, welcher Herrscher der Baronie sein wird. Dazu können wir unser eigenes Wappen erstellen. Mit dieser Funktion habe ich nicht gerechnet und hat mich positiv überrascht. Wir starten mit einer Handvoll Siedler, die notgedrungenen Zelten hausen und müssen nun dafür sorgen, dass alle ein Dach über dem Kopf haben und etwas zu essen sowie zum Heizen haben. Dazu hilft uns das Spiel mit einem Grundlagenguide. Am Anfang müssen wir ein Silo, Holzfäller und Brennholzspalter sowie eine Sammlerhütte bauen. Dies funktioniert recht flott und der erste Erfolg fühlt sich nicht nur gut an, sondern belohnt uns auch in einer schicken Optik. Als nächstes sind unsere Bewohner in der Reihe. Ein Brunnen soll für Wasser in der kleinen Gemeinde sorgen. Und hier haben wir schon eine kleine Feinheit in Manor Lords. In der Demo habe ich noch keinen Fluss entdeckt, aber es gibt hier Grundwasseradern, die uns angezeigt werden, sobald wir einen Brunnen bauen wollen. Nur an diesen Adern ist es möglich, an Wasser zu kommen. Das Errichten der Wohnhäuser ist auch sehr gut gelungen und erinnert ein wenig an City Skylines. Wir erstellen einen Grundriss für Behausungen und je nachdem wie groß die Fläche ist, können mehrere Häuser errichtet werden. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wann ich in letzter Zeit ein Spiel so richtig genießen konnte. Allein die Aufbauanimation in Manor Lords ist ein Traum. Grafisch kann es mit großen Titeln mithalten und die UI ist übersichtlicher als bei manch anderen Vertretern in diesem Genre. Fast schon unglaublich, dass nur eine einzige Person an diesem Spiel arbeitet. Ich bin ehrlich gespannt, wann das Spiel offiziell im Shop zu haben ist. Das schreit förmlich nach Urlaub. Der Straßenbau ist ja sehr flexibel und somit kann der Eindruck einer organisch wachsenden Stadt entstehen. Mit der nächsten Aufgabe werden wir mit dem Marktplatz vertraut gemacht. Und diese Mechanik kommt mir durch Foundation sehr vertraut vor, spielt sich aber dennoch anders und sehr erfrischend. Wir müssen wie bei den Wohnhäuser eine Fläche für den Markt errichten. Nach dieser Kennzeichnung können wir nun Verkaufsstände für Nahrung, Brennholz und Kleidung errichten. Wie für alle anderen Betriebe auch, brauchen wir wieder Arbeiter für diese Verkaufsstände. In der öffentlichen Version werden wir auch mit einem Skillbaum ausgestattet sein. Hier gibt es drei Reiter für Entwicklung, Politik und Produktion. Hier können wir unsere erhaltenen Punkte für Verbesserungen und Vorteile ausgeben oder gar neue Gebäude freischalten. Eine nette Funktion für die Wohnhäuser gibt es auch. Wir können, wenn wir ein Haus anklicken, für eine Ressource ein Upgrade für die Bewohner freischalten, wie ein Gemüsegarten oder einen Hühnerstall. Dies trägt zur Nahrungsbeschaffung des Dorfes bei. Das Gebiet in Mannerlord ist alles andere als klein. Wenn wir auf die Weltkarte blicken, sehen wir, dass nur eine Region von vielen unter unserer Kontrolle steht. Der Schwung von der Weltkarte auf das Spielbrett funktioniert übrigens nahtlos mit dem Hinein- und Herausscrollen. In dieser Ansicht haben wir auch die Handelsfunktion. Hier können wir uns entscheiden, ob wir nur Export oder Export wollen, den freien Handel bevorzugen oder uns komplett verschließen. Es gibt auch ein dynamisches Wettersystem. In den warmen Jahreszeiten regnet es und im Winter haben wir eine schöne Schneelandschaft zu besichtigen. Das Wetter hat auch Einfluss auf das Spielgeschehen. Die Auswirkungen konnte ich aber noch nicht erkennen. Schön zum Ansehen ist es in der Demo allemal. Bei vielen Vertretern in diesem Genre ist der Zuwachs der Bevölkerung dynamisch geregelt. Haben wir genug Wohnplatz, so werden neue Bewohner sich in unserem Dorf niederlassen. Bei Männerlords können wir den Zuwachs selbst steuern. Sobald ein neues Haus errichtet wurde, zieht eine Familie ein und ist nun Teil der Gemeinde. Das erleichtert ein wenig die Planung und verhindert eine Überbevölkerung. Ich musste am Anfang erst damit zurechtkommen und hab mich gewundert, warum niemand zu mir ziehen wollte. Wie findet ihr diese Funktion? Schreibt es mir in die Kommentare. Und für den Algorithmus lasst mir bitte einen Daumen nach oben da und wenn ihr noch kein Abo habt und es euch bis hierher gefallen hat, dann macht das gleich schnell. Kuss geht raus. Damit wir größere Betriebe wie den Bauernhof errichten können, brauchen wir Werkzeug. Na, wer hätte das gedacht? Werkzeug erstellen in einem Aufbauspiel. Also errichten wir eine Eisenmine mit einem Schmelzofen, damit der Werkzeughersteller nun ein paar Hämmer produzieren kann. Die Produktionskette ist noch recht simpel am Anfang, aber immerhin besser als bei Ubisofts die Siedler. Sorry, der muss jetzt sein. Nun können wir einen Bauernhof bauen. Dieser wird benötigt, damit die Felder bewirtschaftet werden können. Die Felder zieht ihr genauso wie den Marktplatz oder die Wohnflächen. Und es sieht richtig schön aus. Auch in meiner Lords müsst ihr auf die Fruchtbarkeit der Böden achten. Wie in Fades Frontier könnte auch hier die Fruchtfolge ändern. Ob dies aber eine Auswirkung wie bei Fades Frontier hat, ist mir noch nicht bekannt. Je größer die Felder, desto mehr Arbeitskräfte werden benötigt. Also übertreibt es nicht gleich am Anfang. Mit den Feldern könnt ihr nun Weizen anbauen und zu Mehl malen, damit ihr Brot backen könnt. Flachs für Kleidung und Hopfen für Bier. Eine weitere tolle Funktion ist die Third Person Ansicht. Ihr könnt als Baron durch eure Straßen und Gassen gehen und alles hautnah miterleben. Auch hier ist die Animation sehr gut gelungen. Männer Lords zeigt sich in der Demo von seiner besten Seite und ich vermute, dass dies noch nicht alles war, was das Spiel uns zu bieten hat. Meiner Meinung nach kann es den Hype gerecht werden. Immerhin fiebern extrem viele Spieler und Spielerinnen den Release entgegen. Auch ich gehöre dazu. Und was mir der Entwickler als Vorspeiser hier präsentiert hat, regt meine Neugier weiter an. Die musikalische Begleitung in diesem Spiel ist top. Die Grafik ist beeindruckend. Die UI ist aufgeräumt und übersichtlich. Es ist sehr viel möglich und dennoch nicht fordernd. Die Geräuschkulisse in der Siedlung ist sehr authentisch. Ich denke die Großen in diesem Genre werden mit etwas Neid und Schweißbären auf der Stirn dieses Spiel mitverfolgen. Bis dahin könnt ihr euch gerne das Review zur Fals Frontier ansehen.